Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Unterhaching, Regionalliga Bayern, 2020-2023, 2. Spieltag, Unterhaching gegen FC Illerstein, Ergebnis 4 zu 0. Startelf, Unterhaching, Flor, Elisch, Zindrisch, Biobizot, Lampi, Brassiko, Steifler, Weißenmeier, Meier, Hübsch, Schmied, Startelf von FC Illerstein, Wegner, Helit, Hensberg, Kopf, Wabuer, Brogmiler, Funtil, Maiolo, Gelsding, Steinstropel, Liebierand, das war's von Unterhaching gegen FC Illerstein, Uhrzeit 22 Uhr, 22 Uhr 32.